Und als Nächste, wo sind wir? 2 gegen 5 Robert, Geis Winker und Roland Gratzer und der Christoph Wacker und der Andreas Hauer können sich vorbereiten. Sie fahren wahrscheinlich mit dem, oder? Das hängt die Schwanzerlässe, das muss alles drücken hinten. Seid ihr bereit? Mein Kommando läuft auf die Plätze, fertig, los! Mein Kommando geht auf die Plätze, fertig, los! Es wird immer stärker und stärker. Apropos Kultur ist, glaube ich, gleich vorne. Die steilen Piraten sind leicht hinten. Immer die Pfeifen im Mund. Sie machen ein bisschen neuer, dann weh, weil sie fahren eine Kurve. Und apropos Kultur, schaut gut aus. Das schaut gut aus. Hopp, 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 gehen wir! So, hopp, 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 hopp! So, hopp, sie lassen sich ja wieder schonen. Sieg!